Anniere Leute ich bin zwar der ist ihr nicht mehr zwar neuer also relativ neu gut gibt es schon ist länger aber für mich auf dem Verlangen und ich würde sagen jetzt wird richtig reingehauen zum Sommerferien bei uns gehen ich war das sind auch platt und die Abbauung und das die Sponsupport ich kann auch die den Bluster und der Herbbau und das ist nicht es geht los ja ich habe Eisen und Holz ich habe was zu essen ich habe perfekter Start für uns neu ist es nicht folgt auch ich kann es auch folgen du musst es über den Fluss rüber da hast du direkt unternehmen von uns ich beschütze ich schon und es nicht guck uns kannst du die das ist super nicht auswendig aber ich ich krieg meistens hier immer was das ich wollte ich will hier nicht so mit Ruten und so was ich finde das Heuer das ist nicht einfach wenn man diese richtig viele hier sind richtig viele Kisten also also ich habe jetzt das nicht der Bluten helfen mit der Gemeinschaft auch da was brauchst du denn die Kriste hier ist noch heute heute 60 ab und holzschwert er hat hier ganz schön ja da war es noch eine Kiste und da ist es nicht mehr gut dass sie viele Kiste erhältlich hat auch schon im Ausschuss halten ein sich wo ja es ist warte zu kurz er kommt er du bist dort ich brauche es sind und normal war noch ein paar Leute ich habe richtig gute für sie vor Ort ist der Punkt ja fast komplette hier wartet ist das oder nicht ist den hier das besser also es ist ein Bruder von Sonntestern er ist ein Spieler hier bei mir der ist kommt da kommt einer mit Goldschwert er hätte den Erdnusschwert ja und hier ist einer mit Goldschwert in Töten ja da ist Daniel weitergehen ich habe alle Herzen aus dem Sturm sehr hinter mir denn tisch mit den Portugies zu geben Kompost klicken es ist ja aber weiter auf ich habe ein Goldschmerz und sehr gut Prozent Prozent es muss die Hartkraft der ist Prozent der macht euch für den Weg oder wird in den Werken der Leitende und er ist da drin ich sehe gute Sachen nun ich schaue ich müssen mit dem Punkt also wenn es ist der Richter und ist überlegt sein Prozent sonst nicht sicher das ist auch gern sterben ich bin ja nett aber ich habe so viel Kettenrüstung hier schon gefunden also so an sich die Stadt auf jeden Fall cool ja ich finde es geht auch endlich mal eine ausreichende Menge an Kisten vier sind Experte sonst im Kisten finden also ich finde Prozent Wachse jetzt sie wollen er ist so mitbarn beschwert ist wer zum Schiff jetzt drauf er hat uns wird und ich habe mich jetzt auf dem Schiff gefunden diese Reaktion Kisten ja und dies Röller und die Schwerdreue ich mich ich weiß welche du meinst glaube ich die habe ich schon gesehen aber nichts drinnen du meinst leider ist es doch sag mal wo ist die Kiste im Segel Killing nie nenne ich ganz oben und so und mit nach genauer ich sehe ich schon naja die Doreau hoch und mit geht das da ist sie gut irgendwo hängt die noch mal direkt über den Bruder Oster was drin aber nur was zu essen was der Hafer es ist schätze ich mal würde ich ja auch so sehen so was ist denn hier in diesem Betzern da ist eine Kiste ich weiß aber dies leer nö 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 ich bin schon wieder irgendwo in der Stadt ich konnte man muss ja nicht nur umzahlen was bei der Schuhe in der Welt Oren und Zweierdruppe das finde ich im Grunde das ist richtig und für dies wo sind da war es ja auch wo sie sind und ob die auf sich zu laufen ich sehe in zweier Team glaube ich in der Welt sie im Grunde wir haben aber ich wurde angeschrieben egal der Konfakt wie nach Operation vor ab weil Leute ja nicht gut direkt nach der Schule ab zum Arzt mein Fuß ist zum Glück noch betrefft uns will ich glaube ich auch ein bisschen vor Schmerzen schreien der freut mich schon drauf jetzt auch auf meinem Kanal ein Video A und geht was und sie machen zu dritt war bin ich ehrlich OO ich ich bin ja auch gerade live wollte ich ja zu mir unter mir sind welche ich weiß nicht wie ich darunter kommen Warte so erst die Leute Prozent die Wissen für die Spannung hin da sind nahe an die sich doch aber er ist sie sich noch mit dem heute ich mir zu den Kuppen ob du irgendwo der Schilder wäre sind dass sie nicht von den Anfragen steht was mit er glaube ich große Prozent 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 Familie könnte das sein und sind zielten Prozent ja sie sind in den Verhandlungen zu tun Prozent die keinen leichten einen oder das ruckelt gerade ja so in diesem Haus direkt unterliebt ich weiß aber ich weiß nicht wie ich unter mir unter mir kommen ich halte man es ausschaut sich bei der Gruppe von der Welt die Sonnettel es ist ja richtig sozial heute noch ab nein ich hab die Spinnwege dahin sind Schnelles ja allerdings springen aus dem Fenster und ich sehe ich ich komme nicht durch jetzt nicht mit meinen magischen Stürz-Klinik wie viele sind auch übrig guck mal bitte um ja und du bist der einzige Spektakel ja ich bin ja bei vor Ort um um und heißt also mit Leuten dann ist einer Leute wissen zwei die Beulen sich was vorhanden wenn er sieht okay ein Astort das nächste Teil der Situation ja kommt auf jemand um mich herum ist m n der ich nicht mal zwar nicht sofort vor aber bisher die Bobbocken straßen und nicht ob es auf Straße es sind so ist es nicht optimal was hast denn noch schönes liegen in einem großen das mit Gold ist Goldhose mal ich schrieb man es zu weit weg nicht dass er freilten kommt das hier das Wetter werden vielleicht jetzt richtig gut ausgerüstet aber weil er auch feiern und wurden hier umsonst Prozent was bin die ich jetzt umgekehrt am flussenden das und mehr da hat dann liegt noch TNT NDR was muss auch passen wenn ich die jahre an sich in den ansatzstehenden verzahlen ich glaube das schon Alter das ruckelt richtig das weiß ich aus Erfahrung ja das könnte in der vorherigen Runde oder vorhin zwei Runden sehen die euch die ich wahrscheinlich zusammen hochladen werde also richtig gute Daten Koffer wieder sein es gibt es bewiesen so und deutlich ich bin ein Wind das ist das nicht in diesen Augen alle sind der Bescheid ja das ist drei hat sie nun egal die Zerbohm sich trotzdem ja und sie ist ja ich habe Bogen und TNT also und umsetzen nämlich in den stellen willst jetzt schon macht das aber noch daran die gute Ausrüstung die euch nicht schon es sei denn dann sind sie noch auf dem Schiff drauf ja 2 6 30 aber ja ich sehe die auch ja also ich will nicht ich würde es nicht machen das mal gucken oder ich habe ich habe den Luft getroffen Nennen ist nicht jeder 1 komm her ich bin ein Rind ich bin ein Rind kommt von beiden die kommen alle und jetzt ist es extrem laupte den Rettetalien uns und und was heißt wie viele Blöcke sind hinter mir die Dormann er muss während dem Sprenglöpfen nötig es ist ein Gebäude und wie sie mich jetzt nicht rein geht dann ist die Beute ich dachte es hätten anderen Austausch tätig der Sterben sind wer war erst beschäftigt na verdammt so ein Schleppel das war es für diese Runde bis zum nächsten Mal haut rein